Dann geht's jetzt weiter. Dann geht's weiter. Ja, sie müssen mal ein bisschen mehr... Na gut, das ist ein Zufallsprinzip, ne? Ja, ein scheiß Zufallsprinzip, muss man sagen. Oh, lauf doch mal, du Trottel, ey. Aber ganz ehrlich, manche Leute sind immer auch zu blöd, ne? Die sehen den Ball kommen, ja, und rennen da voll rein. Weißt du, ich denke, wieso? Oh, ja, ich hab das aber auch. Ich will drüber gehen. Oh, ey, diese elendige Schubberei immer. Ja, und dann hast du hier die Kacke, dann, äh, weiß ich nicht. Aber ich bin durch. Nimm mal hin. Ja, ich nicht. Weil ich die Scheiß-Karte, der ohnehin nicht gesehen hat. Ach, ich lässt dich doch am Arsch hier. Ich darf jetzt stehen. Und wir brauchen auf jeden Fall ein Spiel, wo wir längerfristig zusammenspielen können. Und nicht nur immer anderen zugucken. Ja, da ist wieder das Golfgut, nur das ohne. Aber es haben nicht alle. Schon wieder der Scheiß. Liege ich doch wieder raus. Und genau hinten hier, diese letzte Plattform darüber zum Ziel hier. Da kommst du nicht rüber. Das ist einfach nicht machbar. Das schmeißt ich doch komplett nach vorne in die letzte Reihe. Ja morgens. Annen José. Ja nur, ja, ja... No. Das CADvivierierierierierierierierierierierierin. Das war nicht. Einess. Ah, jetzt wollte er gerade einfach nicht springen. Ich drücke springen, der springt nicht. Ja, das blöde ich auch immer. Meine Fresse, ey. Oh, ich hab's mal rüber geschafft. Lauf, lauf, lauf! Renn, renn! Ich bin durch. Jawoll. Ja, cool. Ich hab vorhin, bevor es auf diese Plattform mit den drehenden Dingern ging, da wollte ich wieder einer mit mir kuscheln. Die hab ich einfach gegriffen und weggeschmissen. Ich hab's nicht so klein weg. Die weg! Jetzt hängen du so an Markus. Ach, ihr seid alle raus? Ja, klar. Ja, klar. Die Tauben. Wie sagst du? Ich hab's noch genau. Das sind doch die gleichen Spiele, wie sie gerade eben schon in der Runde vorher waren, ey. So. 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 impatzen. So. 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 Is. Dann gehe ich mal eben to a bollette. Ich würde damit s hindoo auch los spielen wie sich, glaube ich auf ins von kathar nur so was für die ps ich habe monopoli zum beispiel noch das hier hat immer so ein bisschen was ein rocket lieb für mich oder das spricht aber ja lieber locket lieber dadurch weg das stimmt ja aber ich bin ein rocket legen weil wir dann ja wohl das könnte man die ruhig auch mal in die liste packen wir sehen wie das bei euch da ein bisschen aussieht keine ahnung ob das was für die mädels ist da kannst du wenigstens zu viert spielen das finde ich hier ist auch ein ganz großes problem von vorgleich diese gruppenspiele die sollten komplett rausgenommen werden sollte eigentlich nur diese diese wettkämpfe sein wo alle gruppenspiele mehr mehr gruppenspiele wenn ich ehrlich bin weil dann hast du wenigstens ein bisschen was davon wenn sie muss keiner raus wie sondern du hast einfach ein bisschen spaß wer wäre für mehr für diese gruppen spieler weil ich komme jetzt sitzen ich bin jetzt komme ich dann einmal überhaupt werde ich das spielspieler in die zweite runde kommt ich rede von vorgeist und nicht ja gemeint habe ich doch gesagt habe ich doch gesagt mehr gruppenspieler auch bei folge ist schon 40 weil meine teamkollegen einfach nicht verstehen wo es ins spiel geht bis halt dann immer abhängig von anderen ist total scheiße das ist halt also bei gruppenspiele das ist noch mal ich habe also angefragt hatte ich das zum beispiel bei euch mit rocket league als vorschlag als weitere spiel weiter das kannst du wenigstens zu viert spielen ja das ist nicht meins okay ich glaube ich glaube ich von einem halben jahr schon mal gefragt das wäre zumindest 1 2 dass diese gruppenspiele für dich hat immer angenehmer als so ich bin raus so ein bullshit also keiner mehr drin oder die wohnung von also pro runde kriege ich 40 punkte dazu circa 40 ich habe auch nicht 30 45 habe ich gekriegt aber ich habe es schon mal zu mir jetzt aber ich habe es nicht mehr zu sagen nee nee doch nicht schon wieder oder ich mache immer das gleiche ehrlich ich habe keinen bock ja das ist halt ja nervig immer die gleiche also dem fußball gerade das wäre super gewesen wäre cool gewesen aber jetzt das keine ahnung zum gefilten mal miteinander die gleiche bevor wir nicht hinter die bälle kommen ja ich glaube das war alles bohren ja ich weiß dass du meinst ja es ist kein spiel auf dauer sagen wir es mal so ist es jetzt mal so zwischendurch ist es okay aber jetzt so auf dauer ist es halt dann irgendwo echt wenig abwechslung mit drin das muss ich sagen katzen drehen wir dann gerade am rad hier gar nicht aber gerade noch so als 38 nein ich werde rübergekommen noch glaube ich darum ist einer ich habe ich jetzt bald noch mitbekommen ich glaube wir waren zwei leute noch vor mir noch drin ich bin noch drin doch das ist alle noch drin irgendwo auch auch Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.